Moin Leute, Willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, hier, wir sind der Plobenteam. Und ja, ihr habt uns Challenges gesagt, die wir mal machen sollen. Und genau, ich hab's auch mal im Discord-Server mal nachgefragt, wer uns Challenges stellt, sozusagen. Da kamen einige Sachen ran. Und ja, das werden wir jetzt mal machen. Die erste war, dass wir in eine Halle der Feuerwehr fliegen sollen. Ganz kurz nochmal zur Info, natürlich ist das sonst nicht erlaubt. Auf irgendwelchen Bodensee-Servern, weil das FRP ist, sage ich jetzt schon mal ganz klar. Deshalb machen wir das auch auf einem Privatserver. Deshalb bin ich auch nur ganz alleine hier. Genau, also. Da vorne ist die Feuerwehr. Dann probieren wir mal aus, ob es klappt. Wir landen erst mal hier unten. Das war knapp. Okay. Nein, ich will hier raus, bitte. Ich war hallo. Egal. Egal. Okay, also erstmal ist ganz klar. Wir kommen hier nicht rein. In die Hallen. Ohne. Überhaupt die Türen aufgemacht zu haben. Ich mach mal ein paar auf. Das wird sehr knapp, das sage ich jetzt schon mal. Entweder schaffen wir es nicht. Oder wir schaffen es doch. Ich komm ganz drauf an, ob ich mich relativ gut anstelle. Ich glaube aber, wir schaffen es sogar wirklich nicht. Okay, ganz langsam drehen. Ja, dreh dich. Oh, bitte dreh dich vernünftig. Scheiße. Nein, Leute, wir schaffen es nicht. Nein, wir schaffen es nicht. Einen Versuch geben wir dem Ganzen noch. Okay, also. Nein. Challenge nicht bestanden. Das ist jetzt schon mal klar. Ähm, wir schaffen es nicht. Also doch. Schaffen könnten wir es, aber der Heli will nicht, weil der kommt da nicht rein. Weil er sich am Boden immer unten fährt. Genau. Challenge nicht geschafft. Genau, ich warte jetzt auf die nächsten Antworten von euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Jetzt fliegen wir nochmal zur Feuerwehrwache. Also, wir haben gerade nochmal was reinbekommen. Zwei Sachen neu. Die eine Sache ist einmal, es war, lande mit einem Helikopter auf einem Fahrzeug der Feuerwehr. Und nochmal eine Aufgabe, raube eine Bank aus und fliege damit, raub eine Bank aus halt. Einfach ganz kurz gesagt. Das machen wir, nur dass wir danach mit dem Heli ausrauben. Okay, ähm, genau. Geh hier bitte raus. Also, ähm, einmal gehe ich kurz ins Feuerwehr-Team. Okay. Es kam gerade noch eine Sache rein. Ich soll mit einem Flugzeug in ein Gebäude reinfliegen. Okay, erstmal machen wir das hier. Dann müssen wir das mit der Bank und dann das mit dem Flugzeug. Also, ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Es sieht nicht so aus. Die, seh jetzt mal, Füße vom Heli, die gehen da durch. Nein. Oder ich bin einfach nur... Dämlich gerade? Hm. Nein. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Challenge wieder verloren. Challenge nicht geschafft. Ah, es kam noch was rein. Wir sollen in der Ego-Perspektive mal landen. Ich sag euch jetzt schon, das wird sehr schwer. Ähm, entweder gestützt man vielleicht ab oder sonstiges. Oh, warte mal. Krass, wir haben es geschafft. Und ich war in der Ego-Perspektive. Challenge bestanden. Okay, ähm, dann haben wir schon die Challenge. So, der Heli steht. Wir überfallen die Bank. 3, 2, 1. Tür ist offen. Rein mit der Waffe. Okay, wir holen uns das Geld. Okay. Der Rolex hat er vielleicht auch, also... Ah, ist offen. Oh Gott. Okay, ähm... Warte mal, was? Scheiße, hätte ich vorher machen müssen. Kamera. Okay, ähm... Challenge bestanden. Wir sollen in ein Haus reinfliegen. Das haben wir noch gut abbekommen. Das haben wir noch ganz gut abbekommen. Eigentlich wäre unser Heli schon in echt abgestürzt, aber... Wir spielen noch nicht. Machen wir das gleiche mal am Spawn. Einfach reinbrettern. Okay. Oder... Das war knapp. Ich mach das gleich am Mafia-Haus, weil ich hab noch ne Challenge bekommen. Oh Gott, sind das viele... Ähm... Wenn denn ihr Olga... Ja... Oh... Ja... Da haben wir's. So ist das nicht. Challenge bestanden. Genau, also... Ich sollte jetzt... Mit der Limousine... Wo ist die? Ich glaub, das ist die. Ja, da haben wir sie. Was soll ich mit der Limousine machen? Wartet kurz. Ähm... Achso, ja, genau. Ich sollte beim Ostsee-Bahn einfach mal über den Steg rüber... Halt ja ins Ostsee-Bahn rein. Machen wir das Ganze mal. Nur mal hier lang. Straße verfolgen. Und... Ja... Damit... Ich glaub, da passen wir nicht... Warte, was? Da passen wir mit... Warte mal. Das würde ich helfen. Ein bisschen Schwung nehmen. Bitte. Bitte. Na... Wir sollten über den Steg ins Wasser. Das haben wir nicht geschafft. Challenge nicht geschafft. Ja, genau. Ähm... Dann würde ich sogar schon sagen... Das war's mit diesem Video. Habt noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo und Like da. Damit ihr keine Videos vergesst. Ähm... Verprügelt die Glocke. Damit sie klingelt. Ja. Da würde ich sagen. Habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns... Morgen. Willkommen. Mmh... Vielen Dank.